sind das sicherlich und freunde und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal freunde und heute müssen wir zwischen dem richtigen loch in minecraft entscheiden und wenn es dir gefällt würde mich mega freuen wenn du jetzt ein like da lassen würdest hashtag sünderarmee in die kommentare schreiben würdest und den kanal abonnieren würdest ganz ganz lieb und freunde jetzt mal vorab ich habe eine ganz ganz wichtige frage habt ihr lust dass ich in zukunft auch mal ganz solche videos bringen so was wie real life videos schreibt es unbedingt mal in die kommentare oder lasst ein like dass ich das weiß das ist wirklich mega mega wichtig freunde und jetzt viel spaß so von ihr kennt jetzt vielleicht gerade die gegend hier ist nämlich der humann wir sind gerade auf dem weg in unsere stadt und nicht ohne grund denn ihr habt in die kommentare geschrieben dass ich unbedingt mal nach hause gehen soll kurz und zwar schauen weil da hinten anscheinend neue aufgabe ist bei dem guten alten loch wo ich schon öfter gestorben bin vorher gucke ich hier nochmal alles an wie sich das alles so in meiner stadt in unserer stadtfreundin getan hat für alle leute die neu sind ihr seht da ist mein hundi hey der also hier hat sich einiges an wir haben so richtig fette stadt aufgebaut mit flughafen und alles drum und dran und anscheinend ist eine wichtige aufgabe da entstanden ihr seht hier ist unser kleiner flughafen mit unserem flugzeug richtig cool hier ist ein schwimmbad hier ist so ein kleiner wie soll ich sagen grabstätte wo man sich ein geister verwandeln kann ab und an das sollte mein hund sein und hier ist mein ganzer stolz ja die farm die ist jetzt auch schon ein bisschen größer geworden aber es hat sich nicht sonderlich viel getan freunde ihr seht naja da müssen wir auf jeden fall nochmal alles was geht nachpflanzen zack 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 so ok freunde und hier ist nichts mehr gewachsen also wir waren echt eine lange zeit weg und hier sind meine kleinen schäfchen die ich gepaart hab ne die können auch mal wieder ein bisschen hier ne viel spaß euch neue kinderlein und da hinten sind die kühe und gleich mal in den ganzen häusern gucken ob alles noch da ist ob nicht irgendwie ein dieb da war freunde ok also hier ist eine kuh bislang aber wo ist denn die zweite wir tun mal ganz kurz hier sagen sitz setz dich hin so hier ist die nächste kuh freunde komm her komm 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 put 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 äh moment 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 ja die kommt jetzt halt ein bisschen langsamer aber man weiß ja nie so komm rein die ist drin ok das hat jetzt schon mal geklappt freunde zack mal gucken was das für eine die mögen sich gar nicht das sind andere kühe freunde die mögen sich gar nicht ok das ist jetzt ein bisschen suboptimal vielleicht sind da hinten noch kühe ich hoffe es doch mal so da ist noch eine kuh herrlich freunde nehmen wir doch mit danach gucken wir uns zum haus danach gehen wir auch zu dem loch weil freunde ihr wisst's ja bin ich schon des öfteren gestorben das braucht alles seine zeit und da gucken wir gleich mal ob da tatsächlich eine neue aufgabe ist so wie ihr es in die kommentare geschrieben habt ich bin extra den ganzen weg die wir jetzt in den letzten folgen gelaufen sind nach hause gelaufen nur dass ihr hier ne äh das sehen könnt so du kommst rein du kuh äh ja die ist drin so und jetzt nochmal ich glaube es funktioniert jetzt ja Freunde haben wir eine baby kuh richtig gut also an essen mangelt es bald auch nicht mehr in unserem dönerladen schauts auch sehr gut aus ist hier noch irgendwas drin nein machen wir mal alles zu und der hundehütte sind die hundis die hundebabys sehr schön also es ist alles noch gesittet Freunde freut ihr euch dass wir gerade mal wieder hier sind äh ne freut euch mal wieder drauf so die treppe die haben wir so lange für die treppe gebraucht aber wir gucken Freunde wir gucken erst dann nochmal kurz in den portalen ob sich dort vielleicht auch was getan hat nicht nur bei dem Wasser ähm bei diesen nicht Wasser bei den löchern so ne alles ist irgendwie aus Lavastein also da hat sich nichts getan wir können nochmal so gucken so was steht denn da Chucky ne also das ist noch alles wie beim letzten mal so Freunde dann gehen wir lieber mal hoch kurz in unser Häuschen danach zu den beiden löchern oder zu den drei löchern wahnsinn ich weiß es gar nicht mehr so auf jeden Fall gehen wir da schnell hoch so ran 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 ok sehr gut mal gucken also hier scheint auch alles normal zu sein ne ja da ist nur dieser Hund der immer verkrüppelt ist aber jetzt bislang sieht alles relativ gut aus Freunde dann würde ich sagen haben wir eigentlich grob alles angeschaut gibt es sonst noch irgendwas da hinten vielleicht äh die Garage wo unsere Autos noch da sind das ist natürlich auch ganz 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 wichtig so aber die sind beide glaube ich hier geparkt ja das sieht gut aus hier auch also eigentlich hat sich nichts groß verändert Freunde seitdem wir nicht mehr da waren also es ist alles noch beim alten geblieben zum Glück deswegen können wir auch mit gutem Gewissen wobei im Schwimmbad war ich noch nicht und im Fußballstadion ok nach diesen beiden Dingern Freunde müssen wir noch mal gucken wenn nicht haben wir das alles also Schwimmbad seht ihr da ja gerade springen wir gerade auf den Turm hoch äh 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 Dings wie heißt klettern wir so also das ist auch alles noch funktionsbar und da ist irgendjemand in unserem Schwimmbad Hallihallöchen und das Fußballstadion was wir passend zur WM gebaut haben die natürlich auch jetzt wieder vorbei ist Freunde leider äh die ist auch noch im vollen Betriebe also da ist alles gut und jetzt würde ich sagen kommen wir Freunde zur harten Entscheidung die jeden Tag früher kam das tägliche Loch ich bin sehr gespannt so über die Treppe laufen boah rüber da hinten wer es nicht kennt da hinten ist ein ganz ganz großer Klotz Freunde mit ja ihr seht es schon mit verschiedenen Löchern und eins davon bringt dir das große Glück das andere da stirbst du dann halt also das ist gar nicht gut das funktioniert halt nur einmal du kannst jetzt quasi nicht sterben haha ich geh ins nächste sondern du musst erst da ja wenn du stirbst dann kannst du das auch nicht mehr machen also ziemlich doof so aber wir gucken nochmal hier ob vielleicht auch bei den Gefängniszellen sich was getan hat so seid ihr froh dass wir wieder in unserer Stadt sind ich hoffe es doch mal ich hoffe es doch mal ich finde die Stadt nämlich richtig cool so äh Moment ist hier denn irgendwas so mal schauen ne Hulk Thanos Flash Spider-Man Captain America Superman ne also die sind alle noch die waren letzt mal also dann muss es wohl nur hier oben sein nur hier oben würde ich sagen Freunde machen wir das einfach mal so benutzen die Treppe so wie immer und so ich bin gespannt ich bin ultra gespannt Freunde ich weiß nicht wir hatten schon so lang eine keine solche Aufgabe mehr deswegen ist es jetzt umso spannender zu sehen ja was sich da äh bei uns auf uns vorbereitet was sich auf uns erwartet äh was uns erwartet genau was uns erwartet Freunde so äh Moment 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 so hier oben perfekt so Freunde herrlich und Tatsache da heißt es da ist was da ist was und zwar ist es Wasser oder Lava was ist richtig okay da ist Lava und das sind doch direkt diese Spikes und da auch okay das heißt es ist eins von beiden es ist wahrscheinlich nur so zum Ablenken dass man hier denkt das kann gar nicht sein okay Freunde schreibt mal in die Kommentare was du jetzt machen würdest Hashtag Lava oder Hashtag Wasser Freunde äh Lava Wasser okay also schreibt es in die Kommentare ich würde sagen in drei Sekunden fangen wir an also Freunde ziehen wir durch ich sag es wird Wasser Freunde drei zwei wir leben auch ganz aus unsere Sachen wächst weil ihr wisst ja wenn wir sterben sollten haben wir das lieber alles noch so zack zack äh kann das nicht irgendwie auf einmal alles rausgehen so zack 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 so haben wir gleich alles ja drei so drei zwei eins und hoch gucken was hä hat es nicht geklappt wir sind wir in das falsche Loch geschwungen dann muss es das andere sein wenn es andere auch nicht geht entweder ist es ein Scam oder ist es halt einfach so dass es wirklich falsch war wir probieren das andere auch noch wie kommen wir denn da jetzt hoch am besten so perfekt perfekt komm 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 beeilung beeilung Freunde es kann doch nicht wahrsteinern dass das jetzt hier gerade alles so lange dauert so äh komm wow das war wieder typisch Tim gerade Freunde so okay äh hier haben wir es zack 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 hochspringen 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 so komm Freunde das andere Lava muss es sein es muss jetzt Lava sein es kann nichts mehr anderes sein und okay Freunde ich würde sagen das war es komplett wir sind einfach zweimal gestorben ich möchte jetzt meine Sachen haben und möchte direkt wieder nach Hause gehen das kann doch nicht sein oh mein Gott warum sterben wir die ganze Zeit meine Sachen jetzt Freunde danach lege ich mich schlafen so schnell wieder nach oben gehen jump 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 ey das ist doch zum Mäuse melken Freunde so komm jetzt hier hoch zack perfekt erstmal alles hier wieder in die Hand nehmen so das Dings haben wir hier Hauberbord zack 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 Hauberbord haben wir da ist auch noch eins Freunde und das können wir abbauen hier perfekt zack stellen wir uns drauf jetzt ein bisschen schnell 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 so Freunde jetzt fliegen wir zu hoch ich möchte auch einfach nur ins Bett so komm runter jetzt runter 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 ja sehr schön perfekt perfekt jetzt würde ich sagen legen wir uns hin dann würde ich sagen Freunde war es das mit dem heutigen Video wenn es euch gefallen hat würde es euch mega freuen wenn du ein Like da lasst würdest du ein kostenloses Abo in die Kommentare und ja das war's bis zum nächsten Video morgen und Tschüssi bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video